Hallo, ich begrüße alle SEND Developer. Heute wollen wir sehen, wie man auf mehreren Datenbanken auf dem SEND Framework 2 zugreifen kann. Das ist möglich. Ich habe heute sechs Codebeispiele vorbereitet. Die hier grün dargestellten sind neu, aktuell, zum Vergleich, wie es früher war bei SEND Framework 2.1. Um in einem Controller die Daten von zwei verschiedenen Datenbanken bereit zu haben, braucht man zwei wichtige Konfigurationsdateien anzupassen. Die sind Global PHP, das ist modulübergreifend, und jedes einzelne Module, das von den Developers entwickelt wird. Modul.php, Konfigurationsdatei Modul.php. Die Konfigurationsarbeit, wie ihr kennt, das schon alles aussieht, geht zuerst und dann darf man ein bisschen kodieren danach. Wie es früher ausgesehen hat, das war so. Man hat einen, in Global PHP, hat man einen Array erstellt gehabt mit einem KIT DB, dem SEND Framework war es bekannt. Das DB hat mit dem SEND Framework. Das DB hat mit der Datenbank etwas zu tun und dort stand Datenbank, Name, TIP und alles Mögliche. Neu ist, dass man in dem DB Array heute seit der Version 2.2 von dem SEND Framework hat man zusätzlich einen Key Adapters, plural, und in dem Key sind so viele Arrays, wie viele Datenbanken man haben definieren will. In meinem Beispiel zwei, die heißen Adapter Courses und Adapter Poll. Ich habe aus Vereinfachung hier Username und Passwort eingegeben. Das würde zwar gehen, darf man das, soll man das aber nicht machen. Die Username und Passwort, die gehören nicht in Global PHP, die gehören in Lokal PHP. Das habe ich nur so gemacht, weil ich nicht zu viele Code-Beispiele zeigen wollte. Es würde aber, wie es sieht, würde auch technisch auch so gehen. Wichtig ist, dass die zwei Datenbanken, die ich haben möchte, haben zwei verschiedene Keys, Adapter Courses und Adapter Poll. Die beiden sind in einem Array Plural Adapters gespeichert. Die zweite Konfigurationsdatei, wo die Arbeit zu machen ist, ist Modul PHP. Und zwar, das können auch mehrere sein, wenn Sie mehrere Moduls erstellen. Früher hat das so ausgesehen, das darf bekannt sein. Dieser Factories für die Datenbank. Und das hat sich gar nichts geändert in der neuen Version, bis auf eine Zeile. Und zwar auch bis auf die Zeile, die gerade hier unten in dem Kommentar steht. In der Zeile, die die Variable DB Adapter erstellt. Früher, wir schauen uns die 2.1, die alte Version, hat man dem Service Manager als Identifikator den Pfad zu dem Send Adapter übergeben. Das würde auch heute auch gehen. Aber wir wollen das nicht so machen, weil wir mehrere Datenbanken haben möchten. Also, das war die einzige Zeile, die unterschiedlich ist, wenn man mehrere Datenbanken erstellen will. In der Send Framework 2.2 Version schaut die Zeile etwas anders an. Hier gibt man denselben Identifikator, in diesem Beispiel Adapter Pole, den wir soeben in dem Global PHP erstellt haben. Und das ist schon alles über die Konfiguration. Natürlich, das ist nur eine Datenbank und ein Modul. Sie können mehrere Module mit mehreren Datenbanken haben. Der Service Manager wird sie finden. Ende der Konfigurationsarbeit. Jetzt beginnt der Spaß, die Kodierung im Controller. Das ist mein Controller. Und in diesem Beispiel kann ich schon dem Model Daten aus zwei verschiedenen Datenbanken übergeben. Und zwei. Ich habe zwei Datenbanken. Poles und Courses. Die erste, die Poles, hat über die Methode GetPoleTableFetchAll. Wo stehen die beiden Methoden GetPoleTable bzw. GetCoursesTable und FetchAll? Die Methode GetPoleTable und auch GetCoursesTable ist in demselben Controller, wo die Index-Action, das kann auch eine andere Action sein, nicht unbedingt Index. Aber in dem Controller selbst, da gibt es eine kleine Funktion. Hier, das ist die zweite in diesem Beispiel, GetPoleTable. Die bezieht sich auf den Identifikator. Den Service Manager übergibt man den Identifikator. Hier rot dargestellt. Pol-Model-PoleTable und das ist der Identifikator, der in unserem Modul.php auch steht. Und auch, aus Platzgründen habe ich das hier nicht gemacht, in demselben Pol-Controller kann man auch die zweite Funktion GetCoursesTable haben. Die wird fast identisch sein wie GetPoleTable, nur hier wird der Pfad zu dem Courses stehen. Der Pfad zu dem Identifikator, der auch im entsprechenden Modul.php definiert worden ist. Und die FetchAll, die sind natürlich im Modell. Die FetchAll, das muss nicht FetchAll sein, das kann auch FetchEiniger sein oder FetchEine, FetchOne sein. Das ist eine von uns, FetchAll ist die meistgebrauchte und das habe ich genommen. Aber ihr könnt in eurem Modell jede mögliche Funktion schreiben. Und die muss nicht funktionieren. Auf jeden Fall, das zweite Teil, FetchAll stammt aus dem Modell. Okay. Und so, wie ihr das seht, bekommt der Modell schon die Daten aus zwei verschiedenen Datenbanken. Und damit konnte man schon Schluss eigentlich machen. Jetzt möchte ich euch nur zeigen, dass es noch etwas mehr geht. Zum Beispiel kann man in demselben Controller, in dem Action-Controller, Index-Action, die Daten ein bisschen verarbeiten. Man kann sich holen, einige Daten aus, in diesem Beispiel, Course-Titles, das sind die Titel der Kurse, zum Beispiel aus einer Datenbank. Mit der Methode FetchTitles würde, wie gesagt, in dem Modell stehen. Und das kann auch ein reines Array oder ein Objekt sein, diese Core-Titles. Die holt man sich hier in den Index-Action, in den Action-Script. Und hier übergibt man als Parameter den Array eine Funktion, die aber zu einem Modell in einer anderen Datenbank gehört. Und so wird zum Beispiel diese Daten, die Core-Titles, ganz für ein Subselect oder für eine beliebige Mischung der beiden Daten aus den beiden Datenbanken verwenden. Und wo findet die Mischung stand? In der Funktion FetchPole, die im Modell irgendwo steht und definiert worden ist. Und dann vermischt man die beiden Daten und gibt man die vermischten Daten zurück an ViewModel als Poles. Das ist auch möglich. Das haben wir abprobiert. Funktioniert wunderbar. Gut, das wäre alles. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und bei Fragen, bei Interesse, schaut ihr bitte auf itkursekaribation.com. Wir sind hier gerne und wir beantworten die Frage gerne. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.